Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Rechtzeitig auf die Festtagen haben die Glasse von Goldstar eine neue Rezeptur und ein schöneres Gesicht bekommen und präsentieren sich die Lustige denn je. Richtig ins Schwärmen kommen Glassefreunde, wenn sie die Classico Premium Ice Cream probieren. Immer wieder sind die neuen Rezepte geprüft, verbessert und von Konsumentinnen getestet worden bis ein Produkt voller Eleganz, Frösche und einer Hauchromantik entstanden ist. 5 verführerische Kombinationen Classico Premium Ice Cream können jetzt auch Sie probieren. Mit echten Vanillesamen, erfrischendem Sorbe- und Fruchtstückchen, karamellisiertem Zucker oder mit feiner Schweizer Schokolade. Das alles zum nicht weniger verführerischen Preis. Immer dabei haben bei Ihrem täglichen Einkauf in allen Coop-Filialen, Coop-Warenhäuser, Bau- und Hobbymärkten oder in unseren Partnerfirmen sollten Sie die Coop Profit Plus, die persönliche Profitierkarte für Vergünstigungen und Sonderangebote, die exklusiv für Karteninhaben gültig sind. Grüezi, die Karte hat meine Frau. Verlangen Sie doch eine Partnerkarte, dann profitieren Sie auch in Zukunft von diesen speziellen Angeboten. Zum Beispiel ein NatLD von Philips inklusive EasyCard für 319 Franken. Und für den Fall, dass Sie zum Telefonieren gerne einen Kaffee trinken, gibt es Nesco-Ray im 200-Gramm-Glas 2 Franken günstiger. Coop Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Wir im Studio zeigen Ihnen jetzt aber keine Karten, sondern die neuesten Spots von bekannten Marken. Detem One aus Jura Rohmilch. Detem One mit dem würzigen Aroma. Detem One zum Aperon, zum kalten Buffet und für einfach so mal zwischendurch. Detem One, selbstverständlich nicht nur für München. Detem One aus jener Zeit, als man am Feierabend noch den Abend feierte. Scotch-Tape-Strips. Das neue Klebeband in vorgeschnittenen Streifen. Macht das Leben leichter. Clever kleben mit Scotch-Tape-Strips. Wenn Sie noch eine Idee für Ihr Weihnachtsessen suchen, werden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung fündig. Wie Sie ohne grossen Aufwand und garantiert erfolgreich ein traumhaftes Dessert auf den Tisch zaubern, zeigt Ihnen jetzt aber auch Armin Amrain, der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Burgerstock. Mein Dessertvorschlag ist ein feines Bierkompott mit Schokoladen und für eine Bierkreme. Grüezi miteinander. Für das Kompott Wasser mit Zucker, Zitronensaft, Weisswein und ein Viertel einer Vanillestange aufkochen. Dann vier halbe gute Luise drin weich kochen und eins bis zwei Tage zugedeckt stehen lassen. Für die Biregreme. Milch und Rahm mit Zucker und gekobelten Mandeln erhitzen. Ein bisschen ziehen lassen. Dann passieren. Eigelb dazugeben und vor das Kochen bringen oder zur Rosen abziehen, wie Ihr Köche im Fachjargo sagt. Alles abkühlen lassen. Je nach Lust mit Williams parfümieren und den geschlagnigen Rahmen drunter ziehen. Die Biregreme auf Teller gießen, mit einem hübschen Dekor aus Fruchtmark verzieren. Bire fächerartig darauf anordnen. Mit Bude zuckersanft bestäuben und im letzten Moment mit einer Kugel Glässeco Schokolade gelassen und Münzenblättchen servieren. Das Festdags-Dessert finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung auf der Seite mit den Aktionen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Morgen finden Sie in unseren Läden wieder eine ganze Reihe von interessanten Angeboten zum Aktionspreis. Hier ein paar Beispiele. Pazifische Rauchlachs aus Kanada, geschnitten und verpackt, kommen Sie für 4,70 Euro über. Und Goldstar Schinkengipfeli, 20 Stück, für 7,90 Euro. Partyflüte von Arni gibt es für 2,25 Euro. Und damit die Erinnerung an die schönste Weihnacht seit Langem auch nicht so teuer ist, offerieren wir Ihnen 2 Kodak-Color-Filme für 14 Franken und 2 Coop-Color-Filme sogar für 8,50 Euro. Freuen kann man sich auch auf das Coop-Restaurant. Dort gibt es ein paniertes Schweinschnitzel mit Dauphin-Herrtöpfel und Blumenkolle Mornay für 9,90 Euro. Unübersehbar ist jetzt in unserer Blumenabteilung Bonsettia oder auf Deutsch den Weihnachtsstern. Diese dekorative Pflanze ist dankbar, wenn man sie gut feucht und nicht allzu warm hält. Dann erfreut sie uns mit ihren leuchtenden Blättern bis weit über die Festtage hinaus. Am nächsten Mittwoch feiern auch mehr Heiligabend und das Coop-Studio fällt aus. Ich wünsche Ihnen darum jetzt schon im Namen des ganzen Teams eine recht schöne Weihnacht. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!